Ich habe mir mal die schlechtesten PlayStation 4 Spiele laut der Webseite metacritic.com angeschaut. Denn ich will überprüfen, ob diese Spiele wirklich so scheiße sind, wie alle sagen. Das wird sicherlich ein großer Spaß. Oder auch nicht. Hier sind auf jeden Fall die schlechtesten PlayStation 4 Spiele laut Metacritic. Moin. 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 Es geht. Es geht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu Jansel deckt auf. Wir begeben uns heute in die Geschmackstiefen unseres geliebten Hobbys und überprüfen, ob die schlechtesten PlayStation 4 Spiele wirklich so kacke sind, wie die Webseite metacritic.com behauptet. Dies ist eine Aggregationswebseite, die Spielewertung gleichermaßen von Spielern, aber auch von Journalisten sammelt und sie in einem einheitlichen Zahlensystem präsentiert. Und so sammelt Metacritic weltweit die Spielewertungen der Fachpresse und errechnet hieraus den Metascore. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Userscore. Jeder, der sich dort anmeldet, darf ein Spiel anhand einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Und hieraus ergibt sich dann der Userscore. Und hey, man darf natürlich auch nicht allzu viel auf diese Wertungen und Zahlen geben. Es bleibt natürlich total subjektiv, jeder empfindet Spiele anders, aber ich denke, eine gute Mischung aus Metascore und Userscore ist ein recht guter Indikator dafür, ob ein Spiel gut ist oder halt nicht. Ich habe also alle PlayStation 4 Spiele absteigend nach ihrem Userscore sortiert und mir die schlechtesten Spiele rausgesucht. Hier musste ich natürlich ein wenig abwägen, denn erstens konnte ich nicht jedes Spiel nehmen, da ich einfach nicht jedes Spiel habe. Ich kann natürlich nur die Spiele nehmen, die ich auch selbst besitze und zweitens fand ich es ein wenig unpassend, die Spiele nur anhand ihres Userscores auszuwählen. Denn oftmals nutzen Spieler diese Bewertungsmöglichkeit eher, um ein Statement gegen ein Spiel zu setzen, anstatt die Qualität des Spiels selbst zu bewerten. Also habe ich den Userscore mit dem Metascore addiert und hieraus den Codescore kreiert und hiernach habe ich die Spiele ausgewählt. Bevor ich euch das erste Spiel zeige, noch eins vorweg, ich habe die Spiele quasi direkt von der Disc gespielt, also ohne irgendein Patch, damit wir quasi das gleiche Erlebnis haben, wie damals die Spieler, als auch die Kritiker. So, nun aber genug geschnackt, schauen wir uns mal an, ob diese Kackspiele wirklich so kacke sind, wie alle sagen. Das erste Spiel, was ich mir heute anschaue, ist Extinction. Und ich muss ja sagen, ich habe mir das Spiel damals für knapp 13 Euro gekauft, weil ich die Idee des Spiels irgendwie ganz cool finde. Denn es ist eine Mischung aus Attack on Titan und Shadow of the Colossus. Zumindest theoretisch, denn eure Welt wird angegriffen von riesigen Raveni. Raveni? Hießen sie Raveni? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind es große, grüne Riesen-Oger, die eure Städte zerstören und eure Bürger töten. Und nun liegt es an euch, dies zu verhindern. Dafür habt ihr ähnlich wie in Attack on Titan so einen Fortbewegungsmechanismus, bei dem ihr euch mit R1 an bestimmte Punkte heranschwingen und durch die Lüfte gleiten könnt. Das Ganze funktioniert aber irgendwie überhaupt nicht, weil man überhaupt kein Flow aufbaut, sondern einfach immer nur straight in die Luft geschossen wird. Und für mich machte es nach kurzer Zeit schon überhaupt keinen Sinn mehr, diese Funktion zu nutzen, sondern vielmehr auf dem Boden lang zu laufen. Das war einfach eindeutig schneller. Auch das Spielprinzip selbst wurde leider relativ schnell recht eintönig. Denn die Level spielen sich gefühlt immer gleich. Ihr kommt in eine Stadt, rettet Bürger, lädt eure Spezialkraft auf, rennt zu den Ogern, schlägt ihnen die Rüstung ab, schlägt ihnen Beine oder Arme ab. Und wenn eure Spezialanzeige voll aufgeladen ist, klettert ihr ihre Körper hinauf und schlägt ihnen den Kopf ab. Das Problem ist nur, es funktioniert überhaupt nicht. Das Hinaufklettern am Körper, das funktioniert einfach nicht. Man geht jetzt ständig in irgendwelche Glitches, man rutscht ab, das Springen funktioniert nicht. Und auch das Anvisieren in Zeitlupe für das Ausführen der Spezialkraft ist so eine nervtötende und nicht funktionierende Funktion, sodass ich teilweise richtig wütend wurde. Es ist einfach wirklich schlecht programmiert. So, dass ich auch keinen Bock mehr hatte auf dieses Spiel. Ich habe das irgendwie vier Level gespielt und es reicht. Es funktioniert einfach nicht. Die Idee ist cool, aber die Umsetzung ist wirklich kacke. Der User-Score von 1,5 ist natürlich hart, aber auch irgendwie verständlich, wenn man dafür Vollpreis ausgegeben hat. Objektiver würde ich aber sagen, dass der Metascore von 47, der passt schon. Also das Spiel ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich und ihr solltet es auf keinen Fall kaufen, egal wie günstig es ist. Es macht keinen Spaß. Extinction für die Playstation 4. Auf das nächste Spiel war ich sehr gespannt, denn es hat mit einem User-Score von 0,3 mit Abstand den schlechtesten aller Spiele, die ich heute zeige. Es geht um The Dear God. The Dear God ist ein Retro-Jump'n'Run, bei dem ihr als Hirsch durch eine Pixelwelt schreitet und versucht zu überleben. Warum seid ihr ein Hirsch? Weil ihr als Jäger auf ein Hirsch schießen wolltet und von einem Wolf gebissen bzw. getötet wurde. Und der Dear God, der Hirschgott hat euch dann zur Strafe in einen Hirsch verwandelt, damit ihr das mal aus seiner Perspektive erleben könnt. Ja, zumindest hat es eine Geschichte. Das ist ja ganz schön. Ihr startet das Spiel quasi als junges Rehkitz, als Babyhirsch und müsst dann, ja, flüchten. Alle Tiere, die da irgendwie rumkreuchen, greifen euch an, ob Fuchs oder Skorpion oder Gorilla. Es ist wirklich sehr wahllos. Außerdem könnt ihr Früchte und Sträucher essen und so ein euer drei Energiebalken wieder aufladen. Welcher für was steht, das war mir irgendwie nicht ganz klar. Ich denke mal, der eine steht für Energie, um zu zaubern. Der andere hat irgendwas mit Hunger zu tun und der dritte wird eure Lebensenergie sein. Das hat das Spiel nicht so ganz erklärt. Es war mir auch irgendwie total egal. Denn so richtig Spaß gemacht hat mir das Spiel irgendwie nicht. Man rennt irgendwie nur von links nach rechts und es macht auch total keinen Sinn, die Gegner anzugehen, sondern es reicht vielmehr, einfach an ihnen vorbeizulaufen. Was man dem Spiel auf jeden Fall zugutehalten muss, ist seine 2D-3D-Mischoptik, wie man sie auch von Octopath Traveler kennt. Nur, dass sie qualitativ nicht ganz so schön ist. Aber hey, ich finde es für ein Indie-Game nicht verkehrt. Ja, ansonsten ist das Spiel halt irgendwie relativ belanglos. Es kommen nachher noch irgendwelche Magiefähigkeiten hinzu und total nervige Sprungpassagen. Man stirbt relativ oft. Und es gab eine Situation, die war richtig komisch, weil auf einmal war ich ein Fuchs. Fuchs. Ich war ein Fuchs. Ich weiß nicht warum. Ich habe, glaube ich, einen Fuchs angegriffen oder so. Dann war ich ein Fuchs. Aber als Fuchs hatte ich nicht die Doppelsprungfähigkeit, die ich gebraucht hätte, um aus diesem Teil des Levels irgendwie, ja, flüchten zu können. Das heißt, ich bin minutenlang einfach nur von links nach rechts gelaufen und konnte nichts machen, bis ich dann irgendwann verhungert bin. Und dann war ich auf einmal wieder ein Hirsch und konnte das Spiel weiter bestreiten. Ich weiß auch nicht. Ich denke, auch hier der User-Score von 0,3, das ist zu krass. Das hat das Spiel nun nicht verdient. Allein schon für die Optik und den relativ coolen Soundtrack. Da kann man schon ein paar Pünktchen geben. Aber der Metascore, ich glaube von 46 oder so, der trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist ein unterdurchschnittliches Spiel. Das braucht ihr euch nicht kaufen. Es ist aber da. The Dear God für die PlayStation 4. Als nächstes kommen wir zu dem wahrscheinlich bekanntesten Spiel dieses Videos. Und ich war sehr gespannt, ob dieses Spiel wirklich so, so schlecht ist, wie alle immer sagen. Und zwar Tony Hawk Pro Skater 5. Boah, die Tony Hawk Reihe, was eine geile Spielereihe. Gerade Teil 1 und Teil 2 habe ich damals auf der PlayStation 1 geliebt. Die Musik, diese geile Attitude und dieses geile Gameplay haben einfach unfassbar Bock gemacht. Und dann kam 2015 Tony Hawk Pro Skater 5. Und ja, das Spiel ging ja wirklich durch die Presse und wurde wirklich von jedem abgewatscht. Als Glitchfest, als Bugfest und als einfach sehr leidenschaftslos. Dementsprechend hatte ich auch relativ wenig Erwartungen, als ich das Spiel gespielt habe. Ich habe hier, wie vorhin schon gesagt, die Originalversion gespielt, also ohne Patch. Und ich habe wirklich gedacht, ich falle hier die ganze Zeit von der Map und nichts funktioniert. Und die Spielfigur fliegt per Ragdoll-Physik die ganze Zeit durchs Level. Aber so schlimm war es dann doch nicht. Das Spiel spielt sich wie ein Tony Hawk Pro Skater Spiel. Die Steuerung ist immer noch gleich. Ihr könnt Flips und Drap machen. Ihr könnt Manuals machen und ihr fahrt über coole Kurse und müsst verschiedene Aufgaben erfüllen. Ja, also das Gegens funktionierte. Also das war jetzt gar nicht so schlimm. Ja, okay, die Grafik, die war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Das sah maximal Playstation 3 Niveau aus. Und auch die Präsentation selbst fand ich ein bisschen mau. Also ihr kennt das vielleicht noch aus älteren Tony Hawk Teilen, bei denen man sich die Aufgaben von Auftraggebern in der Welt selbst geholt hat. Und das war total charmant, weil die meistens auch eine kleine Story parat hatten, die oftmals total dumm, aber auch witzig war. Und diese Charaktere waren in früheren Teilen teilweise sogar bekannte Skater, die sich selbst synchronisiert haben. Also da wurde halt auch wirklich Zeit und Mühe investiert. In Tony Hawk Pro Skater 5 gibt es einfach nur blöde Pfeile, zu denen ihr hinfahren könnt und dann bekommt ihr eine Aufgabe. Ihr könntet theoretisch aber auch einfach einen Knopf drücken und die Aufgaben direkt annehmen. Diese Pfeile sind also auch total sinnlos. Die Aufgaben selbst sind jetzt nicht allzu schlimm. Es gibt ein paar ganz coole, wie zum Beispiel einen bestimmten Highscore in einer bestimmten Zeit, aber auch manche, die nicht ganz so viel Spaß machen, wie schnell durch Ringe fahren oder bestimmte Items einzusammeln und sie zu einem bestimmten Punkt zu bringen. Aber im Großen und Ganzen geht das Missionsdesign irgendwie schon in Ordnung. Was das Spiel aber echt total verkackt hat, ist das einzige neue Feature, was dieses Spiel der Serie zugefügt hat. Und zwar dieser Slam Move. Es gibt die Möglichkeit, wenn man in der Luft ist, auf dem Boden zu slammen. Das ist grundsätzlich gar nicht verkehrt. Das Problem ist einfach nur, dass dieser Slam Move auf der Grind-Taste ist. Und man kann das nicht ändern. Und das führt oftmals dazu, dass man auf eine Rail springen möchte, um dort zu grinden. Man aber einen Tick zu früh den Slam- bzw. den Grind-Knopf drückt und einfach, bevor man auf der Rail ankommt, BAM! Schon auf den Boden klatscht, weil man ja geslammt hat. Ja, und das macht irgendwie total den Flow des Spiels kaputt. Ich meine, das ist grundsätzlich keine Sache, die man nicht mit einem Patch beheben kann. Und ich weiß nicht, ob das später auch passiert ist. Aber in seiner Ursprungsversion ist das halt total nervig, weil man natürlich seine Moves aneinanderketten möchte. Und das passiert halt oftmals mit Manuals, aber halt auch mit Grinds. Und wenn man halt diese Grinds nicht trifft, weil man vorher immer auf den Boden klatscht, dann zerstört das total diesen Flow, für den diese Tony-Hawks-Spiele bekannt sind. Also ich denke, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man schon irgendwie ein bisschen Spaß mit dem Spiel haben. Es funktioniert ja. Und auch die Musik ist irgendwie cool, obwohl nicht so ikonisch wie früher. Und wenn man vielleicht das Timing mit dem Slam-Move so ein bisschen hinkriegt, ja, dann kann man das vielleicht auch mit den Ketten so ein bisschen besser meistern. Ich denke, die Bewertung dieses Spiels ist zu krass. Und vielleicht gibt es sogar Patches, die das Spiel ein wenig besser gemacht haben. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn man das Spiel mal so für 10 Euro findet, ich finde, dann kann man das sich auf jeden Fall mal anschauen. Es ist auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Auf jeden Fall nicht so schlecht, wie Metacritic es macht. Tony Hawk Pro Skater 5. Ich hätte wesentlich Schlimmeres erwartet. Das nächste Spiel basiert auch auf einem sehr, sehr großen Franchise und wurde richtig abgewatscht. Und ich habe das damals schon gespielt und ich fand das damals schon gar nicht so schlecht. Und zwar Ghostbusters. Ghostbusters ist ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter, der auf diesem legendären Franchise basiert, aber nicht die original aus dem Film bekannten Charaktere nutzt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Leute gerade auch deshalb ein Problem mit dem Spiel hatten. Ich fand das Ganze jetzt aber nicht so schlimm, muss ich sagen. Alle Charakter waren irgendwie unterschiedlich und hatten vor allen Dingen auch unterschiedliche Fähigkeiten. Jede Figur hat eine eigene einzigartige Granate und eine eigene einzigartige Waffe, ob Shotgun oder Maschinengewehr. Außerdem lässt sich das Spiel wunderbar im Couch-Koop spielen mit bis zu vier Spielern. Und als ich mir das Spiel damals vor ein, zwei Jahren im Angebot für 30 Euro gekauft habe, hatte ich damit auch einen Abend echt coolen Couch-Koop-Spaß mit einem Kumpel. Darüber hinaus nutzt das Spiel auch seine Lizenz. Ihr bekommt also den ikonischen Soundtrack, den ikonischen Act to One und auch das Feuerwehrhaus ist so da, wie es eigentlich sein soll. Perfekt ist das Spiel aber sicherlich nicht. Gerade manche Sachen sind sehr gimmickhaft gelöst. Wenn ihr zum Beispiel mit eurem Protonenstrahl einen Boss in der Endphase habt und eure Falle zückt, dann artet das Ganze ganz schön in Button-Mashing und Analog-Stick-Gedrehe aus. Das ist teilweise nervig und auch anstrengend, weil das relativ oft passiert. Ja, aber das ist eigentlich auch nichts, was man nicht in einem späteren Patch hätte reparieren können. Ansonsten funktioniert das Gameplay ganz cool. Es gibt eine Oberwelt, auf der ihr unterschiedliche Level auswählt. Ihr schreitet mit allen vielen Charakteren durch die Level. Ihr könnt viele Geheimnisse aufdecken und ihr könnt sogar Skill-Punkte sammeln und die Charaktere aufleveln. Und ja, ich fand die Level teilweise ein bisschen zu lang. 30 Minuten für eine Stage sind ein bisschen zu viel bei so einem kurzweiligen Spiel. Gerade dann, wenn sich danach die Stage kaum visuell unterscheidet von der vorherigen. Das hätte man ein wenig besser lösen können. Aber hey, irgendwie kann man schon damit seinen Spaß haben. Ich finde, ein User-Score von 1,0 ist auf jeden Fall völlig übertrieben. Es ist bestimmt nicht der beste Twin-Stick-Shooter. Aber ich finde, das ist ein Spiel, das kann man aus der Grabbelkiste mitnehmen. Das kann man für einen Fünfer oder einen Zehner auf dem Flohmarkt mitnehmen. Hey, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Ich glaube, wäre das Spiel kein Ghostbusters-Spiel, dann wären die Fans wahrscheinlich gnädiger geworden. Aber auch so, Leute, ist gar nicht so scheiße. Ghostbusters für die Playstation 4. Kommen wir also zum letzten Spiel mit einem Metascore von 2,3 und einem User-Score von 1,5. Dem schlechtesten Kurzscore in diesem Video mit 3,8. Yasai Ninja. Bei Yasai Ninja spielt hier einen Broccoli-Chako-Kämpfer und einen Zwiebel-Samurai. Der Broccoli-Kämpfer heißt auch noch Broccoli-Joe und ist fast witzig. Das Spiel spielt sich auf jeden Fall kacke. Also wirklich kacke. Es ist richtiger Code. Selten habe ich ein Spiel gesehen, das so ein schlechtes Kampfsystem hatte wie Yasai Ninja. Es gibt quasi kein Treffer-Feedback. Also visuell schon sehr schlecht, aber akustisch noch viel weniger, weil es gibt quasi überhaupt keine Kampfgeräusche. Außerdem sind die Kombos, die man machen kann, die funktionieren so total zeitverzögert. Es macht überhaupt keinen Spaß. Und was das Allerschlimmste am Spielen ist, ist das Rennen. Das Rennen mit dieser Samurai-Zwiebel. Weil wenn ihr rennt, dann wackelt der Bildschirm die ganze Zeit. Der wackelt und wackelt und wackelt. Und das ist total irritierend und kopfschmerzfördernd. Muss das sein? Und außerdem dachte sich das Spiel, hey, wenn wir schon ein richtig schlechtes Kampfsystem haben, lasst uns doch nochmal so ein bisschen Jump'n'Run-Passagen einbauen. Weil wenn es um Steuerung geht, dann sind wir echte Meister. Nein! Das funktioniert mal überhaupt nicht. Die Jump'n'Run-Level sind wirklich eine Katastrophe, weil das Momentum der Spielfiguren nicht da ist. Das heißt, sobald ihr den Sprungknopf loslasst, dann fallt ihr runter. Und das ist total dumm. Andererseits müsst ihr aber durch Sprinten überhaupt Momentum aufbauen, damit ihr manche Sprünge aber überhaupt schaffen könnt. Das Ganze wirkt sehr hakelig und total unflutschig und nervt. Auch die Bosskämpfe waren total blöd, weil die total viel Schaden machen und ihr total wenig aushaltet. Und das Blocken bzw. das Abwehren mit eurem Schwert irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ey, ja sei nicht. Was ein schlechtes Spiel. Das ist so ein schlechtes Spiel, das kann man schon fast wieder in einem lustigen Video verpacken, weil es so schlecht ist. Aber hey, es ist vorbei. Ich habe es geschafft. Das solltet ihr auf keinen Sch... Es gibt ein Sequel? Du bist ein Seel? Du bist ein Seel oder so. Deineön. Bis zum nächsten Mal.